Geht doch mal weg! Geht doch mal weg, ihr Dirk! Ich bin da weg, Gewächster, meine Freundin. Muss ich mal ducken. Gehen wir? Warte mal, Svenne, gucke mal. Aufgaben. Das letzte Fragment. Oder Operation Trepp. Klepp, Trepp, Trepp. Guck mal, Klepp, Trepp, Trepp. Gut, hab ich ausgewählt, glaub ich, hoff ich. Was mach ich mit meiner Panderas Liebespuppe hier? Darunter, darunter. Wie ist die Gegend? Jetzt sollten wir immer verschwinden, jetzt haben wir die Teile besorgt und immer, sagt César, verschwinden. Guck mal, weißt du, wie viele Teile wir besorgt haben? Der hat ja auch meine Liebespuppe gemischt. Der hat ja auch meine Liebespuppe gemischt. Naja, meine Liebespuppe sein. Wo müssen wir hin, Scott? Mit den Teilen... Naja, ich guck gerade. Ach, das ist gut. Warum hat's denn überhaupt das Geburt? Braucht denn eine Freundin oder was? Wahrscheinlich. Aua. Nimm's keine an, nimm mal an. Willst du nicht? Mach deine Jacke zu, das ist... das ist schlimm. Boah, ich seh's leider nicht. Mach nochmal. Nein, wir wollten ihn gucken. Äh... Schöne Schnee. Keine Wolle. Machst du denn da... Aua. Ah nein, meine Liebespuppe wurde jetzt fertig gebaut und dann tut er mich misshalten. Warte mal vielleicht. Ich hab hier nie drin eine Karte. Was denn? Ist das ein neues Geburt, oder? Aua. Ja, das ist neu. Was denn? Das ist meine Ohren. Guck mal, der klebt mir... Die Bomben an mir fest. Ich muss ja weg. Machst du's mal bei mir, Dirk, Matthias? Warte mal, wo bist du? Ja? Hier. Du kriegst den Schaden ab. Scheiße, ging vorbei. Dirk, wenn er dir die Klebebomben dranhängt, dann musst du einfach zum Dirk und Matthias rennen. Ja, das wollte ich dir auch erst machen. Weil er... Weil er denn Schaden kriegt. Weil er denn Schaden... Wieso? Hallo, Baby! Muss jetzt weiter! Wir kriegen keine Schadenwände auf uns, süß. Aber du kriegst selber Schadenwände, wenn du so ein Ding machst. Weißte? Ich brauch trotzdem wieder... Ich brauch trotzdem wieder, ey. Sag schön. Ich hab's geschafft, ohne einen Zahnarzt zu berühren und dann so. Und verlof mich. Du hörst wieder. Was war denn überhaupt mit dem Zug, der hier gelandet war? War das bloß dann das, weil die Feinde ausgestiegen sind oder was? Claptraps sind ausgestiegen. Ah, das war bloß doch Claptrap. Das war eine Claptrap-Invasion. Die wir vereidelt haben. Mist. Wo müssen wir denn jetzt hier? Hier lang. Ich wollte gerade mal einen Waffenladen. Warte mal. Wartet mal dort. Ja, da können schon... Wir können ja schon am Tor auf dich warten. Ja. Das wäre... Das wäre nett. Ist das denn eine Waffenkiste? Nee, warte mal zurück, zurück, zurück! Ja, du hast es auch gesehen. Hm. Das ist großartig! Nö. Boah, voll die Hammerwaffen. Boah, pfff. Licht, das ist schon richtig Lichtschwerter. Ja. Hat schon mit Schienen zu tun. Nee, nee, so muss man. So schlimm. Ist ja auch schlimm. Du bist einfach über die Schienen gelaufen, das ist verboten. Es steht nur nix wo da. Ich bin rübergeholt. Ich bin nie gelaufen. Hier sind Handfeuerwaffen. Die höchste ist 1,80. Nein! Oh, ich hab ne neue... Fällt mir jetzt gerade auf. Hat er... Naja, hat sie gescheatet, ich glaub. Pssst. Nee, die hat 159 Schaden. Ich denk, das gibt's nie. Gescheatet. Gibt's doch nie. Was gibt's denn? Bestimmt 500 Schuss. Ja, schmeigt die Bändel durch, komm! Fahrzeile! Pssst. 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 Mati, fliegt das bis zu dir? Guck mal. What's up? Achso, nee, du bist normal normal. What's up? What's up? What's up? Ich glaub, das fliegt nie so weit. Doch, hinten ist das aber gelandet. Ich hab's gesehen, aber ich kann ja ein Bug sein. Du bist ein Bug. Du bist ein Bug. Du bist ein Bug. Ja, ich bin ein Bug. Du bist ein Bug. Hast du einen Punkt vergeben, Mati, auch? Warum? Du bist... Ja, ihr seid beide aufgestiegen, naja. Ich hab beide aufgestiegen. Du hast dir selber keinen Bug vergeben, oder? Doch. Ich hab mehr Schaden gemacht. Jetzt, Mati, guck. Warte. Ich brauch noch Granaten. Du weißt, dass das Nachteil an deiner Waffe ist mit Dirk. Die ist zu langsam. Das ist ja alles die Laserwaffe. Die ist kacke. Die schießt erst, wenn das Teil... Warte mal, Mati, bleib mal stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Guck mal, wie weit das fliegt. Siehst du das? Ich hab getroffen. Nochmal. Hast du die Kugel noch gesehen, oder ist die dann weg? Nochmal. Ich schieß schon wieder, aber das... Ich hab wieder getroffen. Nochmal? Die fliegt nicht so weit, oder? Jetzt hab ich ihn wieder getroffen. Doch, aber die hinten ist ja... Nein! Ich muss überhaupt noch... Nein, mich... Ne, mich trefft ihr nicht. Ich treff dich. Ne? 176 Schaden dazu gekriegt. Also will er schon bleiben. Guck. Na gut, beim Sven kann man's ja testen, ob man dich trifft. Wenn du ein bisschen Schaden hast und er auf dich draufschießt. Wenn dich trifft, wirst du geheilt. Ja, aber 176... 176... Also du wirst es... Du wirst es nicht glauben. Bei mir kamen Seifenblasen an. Ja, das war das Laser. Hat's doch geklappt, oder was? Also die sind bis kurz vor mir geflogen. Und dann weg, oder was? Ja. Die hier. Das hier. Wir bekommen keine Seifenblasen. Jetzt! Ja, da geht nicht so weit. Jetzt hat's mich mal getroffen. Jetzt hat's mich mal getroffen. Ja. Womit? Haben wir dich den ganzen Weg rennen lassen. Snape? Was hast du? Schlangen Canyon? Was heißt das Squatch? Hab ich jetzt... Das ist der erste Squatch. Das andere Snape ist Schlangen. Scorscht. Scorscht. Ähm, mit was hast du ihn geschossen? Was müssen wir denn hier jetzt überhaupt machen? Ich... Müssen wir mal Standard-Scharf-Schützengewehr. Warte mal, ich hör was. Ist nur gefudert, oder was? Warte mal ruhig! Lautsprecher. Ja, aber der hat irgendwas wegen Pinkeln oder irgendwas gesagt. Pinkeln? Ja... Ja, du sollst... Du sollst in die Ecke pinkeln. Wo denn? In den Schränken. Warum nimmst du die Waffe weg? Das war eine Pistole. Ist nicht für dich. Ja eben. Ja eben. Wirst du die... Wirst du die haben? Nein. Wirst du die jetzt haben. Dafür verkaufe ich jetzt das Mod. Nein! Das war eine super Besager-Mod. Du wolltest es. Wo seid denn ihr? Da oben. Bitte nicht an die Tanks zieh ich nicht. Die sind fein Untersterber. Die Tanks kennen die da wird. Guck mal, das ist ein großes Skelett. Schlangen-Skelett. Ach du bist auch schon so ins Schlangen-Skelett. Geh mal rüber, das Schlangen-Skelett. Südwestlich von uns. Was? Und ein Ufen. Was war ein Geräusch? Das willst du nie wissen. Da ist es. Erwisch! Raps oder wie das Vieh her ist. Was ist das Vieh? Das ist gacki. Das war ein Hund. Was ist das? 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 Militär-Buggies. Was hilft ich? Militär-Buggies. Buggie Hallo mein Freund Lass in Ruhe, ist doch mein Haustür Mati hat mein Haustür umgepasst Geld Oh, jetzt wär ich ja bald runtergeflogen Dann passiert ja eh nicht, oder? Na, springe mal Warte mal, ich hab gleich die Millionengrenze geknackt Boah, süß Was ist denn hier im Haus? Ach, gar nicht, das war bloß so Ich rede von deiner Millionengrenze Na, hab's ja gleich geknackt, ne? Ach, ist das süß Gucken wir mal Karte an, wo sind wir denn her? Sind das ein Riesenroboter dort unten in der Mitte? Wo denn? Schnee Nee Oder? Ja, das ist so ein Mischling Wie hieß denn das so viel? Wie hieß denn das so viel? Ich guck's mir mal an Ne, es gibt Feuerschutz Das ist ne gute Idee Nee, das ist doch, sieht doch so komisch aus Doch sieht aus wie Handy hier, wisst du, so ne Hand Warte mal, ich komm immer Dirk Hier in der Hand Das... Das ist meine Das ist ein Viech, aber... 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 Was hast du... Was hast du gesagt Dirk? Was das sein soll? Ein Roboter oder sowas Achtung, Vorsicht Ich will meine Millionen noch knacken Ich komm jetzt oben Ich hör dich, ja Glitzel läuft schon wieder von mir vorbei Wie säure Waffen, das sind doch Säure-Fügel Das sah irgendwie aus wie Säure Und das ist... Nicht Säure, nein Doch, da hat Säure grad auf mich gespuckt Ich mein, die Dänen ja alle Das war ich hier Wasser, ii Wie bitte? Iiii Wasser Ich guck mal Karte Ich will doch hier Sowas von Feinschnecke Nein, das täuscht Wir wollen hier grad Level formen Ja, kann man ja machen Ich hör was gut Hier ist eine Affenkiste Eine Affenkiste Ist ein Affen drinne Ja Du Sven Ja Jock hat recht Was? Jock hat recht Jock hat recht Ich mach trotzdem mit der Säureschaden Ja, dann machst du auch Zuschaden, aber weniger Dass das Affenkiste ist Dass das Affenkiste ist Dass Affen drinne ist Nee, ich meinte Jock hat recht Ich brauch wirklich Säure Ja, dann machst du auch Du machst Schaden mit der Säure Aber du machst weniger Schaden als... ... es wird mal rot und so ... oder so ein Viecher Kanaden Gehen wir mal hier spazieren Ach wir warten euch aus! Unser Grundstück! Komm mal gut aus Kommen wir hier hoch? Ich habe irgendwas gehört außer es war unser Affe hier Das war der Affe Die fliegen aber trotzdem so komisch deine Waffe Deine Schüsse Ja Sind wir denn hier richtig oder? Doch hier Ja Klar Ich habe eine Stadt entdeckt Da ist was Was? Und die haben auch guckige Schwung Doch, haben sie Ja Geht bisschen Brauchst du schon? Der Datenmord habe ich gefunden Der Sirenenmord liegt unten Was? Wo? Das Fliegen Da? Das Feuerkugeln Hä? Hier ist Gesundheit drin Ja das Endlich! Hier ist Gesundheit drin Was ist denn endlich Endlich!